Hi Leute, ich bin's Albert von Windows Area.de und das ist Project Wainwood. Unserer Meinung nach der beste Gaming-PC, den man für 400 Euro kaufen kann. Bevor ich auf jede Komponente genauer eingehe, erkläre ich nochmal die Beweggründe für den Bau dieses PCs und für wen er eigentlich gedacht ist. Also, ich werde immer wieder gefragt, was denn ein guter Gaming-PC ist. Und darauf muss ich eigentlich fast immer zwei Gegenfragen stellen. Was soll er denn können und wie viel darf er kosten? Ohne konkrete Angaben heißt es dann oft, naja, günstig soll er sein. Damit waren in den meisten Fällen rund 400 Euro gemeint und unser Project Wainwood bleibt ja auch darunter. Nun aber wirklich zur Hardware. Verbaut ist ein AMD Athlon X4 860K Prozessor mit einer Taktrate von 3,7 GHz, der boxt etwa 74 Euro kostet. Das Motherboard besitzt entsprechend einen FM2 Plus Sockel und ein A68HM Chipset und bietet zweimal USB 3.0, was es vor allem von anderen Boards unterscheidet. Ansonsten ist alles andere typisch für ein Micro-ATX-Mainboard. Auch der Preis von 45 Euro geht in Ordnung. Als Grafikkarte haben wir die bewährte Nvidia GTX 750 Ti von Sotac mit 2 GB Arbeitsspeicher verbaut, die in der Anschaffung 123 Euro kostete. Zudem gibt es 8 GB Arbeitsspeicher von Crucial in einem Riegel, sodass ihr später auch upgraden könnt, falls nötig. Offensichtlich habe ich den Fehler gemacht, zweimal 4 GB zu kaufen, aber aus diesen lernt man bekanntlich. Der Speicher kostet zu etwa 32 Euro. Die Festplatte hat eine Kapazität von einem Terabyte und besitzt eine Drehzahl von 7200 Umdrehungen pro Minute. Sie kostet uns 45 Euro. Die Komponenten benötigen maximal 219 Watt Leistung und mit einem BeQuiet-Netzteil hat man nicht nur eine qualitative Stromversorgung zum Preis von 33 Euro, sondern mit 300 Watt auch mehr als genug, um diesen PC problemlos betreiben zu können. Beim Gehäuse haben wir uns für eine rote Sharkoon Case entschieden, weil sie einerseits sehr nach Gaming aussieht und dank einem schönen Sichtfenster auch Einblicke auf die Hardware gewährt und andererseits auch mit relativ vielen Lüftern ausgestattet ist. Der Preis von 38 Euro geht durchaus in Ordnung. Stunde der Wahrheit. Was kann dieser PC tatsächlich? Gedesset haben wir unterschiedliche Games, darunter GTA 5, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive und Project Cars, die in den folgenden Sequenzen mitsamt der verwendeten Einstellungen und der durchschnittlichen Framerate zu sehen sind. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Aufgenommen wurde mittel Fraps in Full HD, allerdings via Steam-In-Home-Streaming über einen anderen PC, weswegen die Qualität nicht ganz dem entspricht, was dir am Monitor zu sehen bekommen. Ich habe noch einen roten Foto von der letzten Zeit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's auch schon von mir und von unserem Project Vailenwood. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.